Ok, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Plus S Plus Kämpfe. Mein Name ist Lockerzeit und letzte Folge. Da glaube ich war das Ergebnis vom Splatfest oder war das mein Aufstieg? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie die Reihenfolge jetzt ist. Ich glaube es ist das Ergebnis vom Splatfest. Aber heute machen wir eine Runde Herrschaft in Tümmler Kuppel und keinem Schützenfisch. Und ich habe mir gedacht, vielleicht funktionieren die Heldenwaffe mit ein bisschen Glück. Ich bin mir nicht sicher, es Plus ist hart, es ist verdammt hart. Ich glaube ich bin jetzt das dritte Mal insgesamt aufgestiegen. Und ja, schauen wir mal wie das heute so zugeht. Ich muss, ja, ein geiles Game abliefern, weil sonst wird das überhaupt nichts. Und ja, der erste Kampf ist gleich wie eine Tümmler Kuppel. So, die Frage ist, was mache ich, was macht mein Team und rundherum. Okay, was mache ich jetzt? Und ich gehe gleich in die Mitte. So kurz warten. Nein! Okay, gut. Lebt der noch? Immer nicht sicher. Ich gehe gleich in die Mitte. Oha! Ge-sniped. Okay, ich habe keinen Grund, warum ich weggehen sollte. Absolut keinen Grund. Okay, jetzt habe ich einen Grund. Oha! Na! Na, doch nicht. Ich darf der Gegner, du. Ja, in dem Fall, wart die mal, oder? Na, noch einer von hinten. Okay, das war ein Problem. Okay, äh, ja, ich bin noch nicht gut. Hilft nix, hilft nix. Wer schon, wer schon. Ah, den geht. Den versucht ein bisschen pushen, aber das hat nix gebraucht. Komm schon, du ihn triffst. Kannst du nicht töten. Was tue ich? Schwimmen wir einfach. Na, verdammt. Ich habe mich verdruckt. Nein, das sollte mich gar nicht interessieren, wenn wir ganz genau sind. Ah, shit. Ah, shit. Ich kann nicht den Leuten schon den ersten Kampf verlieren. Das geht überhaupt nicht. Sollte der nicht eigentlich tot sein? Guck, das geht gerade ab. Ich muss springen. Alles andere hat keinen Sinn mehr. Auch nicht mehr tot. Oh, shit. Oh, shit. Der Gegner färbt schon wieder für zwei. Okay, das geht überhaupt nicht. Ich muss ja springen, das hilft ja nix. Okay, Herrschaft. Wir haben es wieder. Wir haben es wieder. Okay. Okay, Gleitrucke in die Herrschaft. Na, fuck you. Das gibt es ja nicht. Dann triff da oben. Okay, Kollegen. Ah, ah, shit. Es sind gerade viele Kollegen draufgegangen. Das geht überhaupt nicht. Ah, er trifft da oben. Und noch mehr. Ich muss mich mal erholen. Das wird das ganz blöd. Na, wo war der? Shit. Okay. Mein Team fährt da rein. Wir führen bald, wenn es weitergeht. Ja. 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 Ja, wir führen. Und Sieg. Muss der erste Kampf immer so schwierig sein. Das ist ja Wahnsinn. Na gut. Wir haben einen Sieg. Ich habe mein heutiges Pensum schon mal erreicht. Na gut. Noch nicht. Weil der erste Kampf reicht halt nicht. 2-7. Alter, was spiel ich für ein Scheiß. S plus ist echt schwierig. Vielleicht soll ich die Waffe nochmal wechseln. Ich glaube, ich soll jetzt. Das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Ich sollte die Waffe wechseln. Oder irgendwas am Setup verändern. Ich glaube, das mache ich jetzt ganz geschwind. Und ich komme dann gleich wieder. Okay. Und damit sind wir auch schon wieder bei Herrschaft. Kein Schützenfisch. Okay. Das war nicht unbedingt die Map, auf die ich gehofft habe. Ich habe mich nämlich jetzt für den Quasto entschieden. Und sehr viele Gegner sind auf Fernkampf gerade eingestellt. Deswegen laufe ich mal voraus. Hoffe, dass mich keiner sieht. Und ich einfach gehen kann. Was tut der da unten? Hat sich der zurückgezogen? Was tun meine kleinen Kollegen? Oh, einer ist gerade sehr weit vorne. Das gefällt mir. Also der da. So ist der. Das habe ich schon mal gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Der Hund, der killt mich. Was ist mit dem? Ich würde gerade mein Ultimator einsetzen. So ein Shit. Okay. Ah, dann sowas auch noch. Das geht aber überhaupt nicht. Was war? What the fuck? Der da zählt da rum. Ah, das geht überhaupt nicht. Natürlich wartet da. Da kann ich nicht einmal langen gerade. Ah, da kann ich auch nicht langen. Okay. Rundherum. Fügt herweg vorbei. Na, kann ich da? Ja, im Moment kann ich relativ wenig machen. Das ist eine Frechheit. Die Waffe ist für die Map nicht geeignet. Jetzt mal anders vorgestellt. Ich brauche wieder eine andere Waffe. Das hat nicht funktioniert. Und Strom brauche ich ja. Okay. Merke. Was du in keinem Schützenfisch nicht geeignet. Egal welcher Spielmodus. 05. Ein Disconnect. 0, 0, 0, 3. Ja. Wenigstens verlieren wir einen Punkt. Wegen Disconnect. Das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang. Das ist sogar gut. Ich muss die Waffe wechseln. Ganz schnell. Okay. Und damit sind wir auch schon wieder zurück in der Tumblerkuppel. So. Ich habe jetzt wieder die Waffe gewechselt. Ich glaube, bei dieser werde ich bleiben. Es ist nämlich der Heldenkonzentrator. Und ja. Ich werde versuchen, ein paar Leute wegzusnipen. Schauen wir, was passiert. Und auf wo am Verkaufsbeste. Hilft da nichts. Okay. Das war wunderschön. Dang it. Ja. Gittin it. Solo keys. Solo keys. Nice kill. Das ist zu stark auf mich. Conzentriert. Okay, man ist hier. Oh. Decken. Na. Ist schon erledigt. Woa. Sniper. Das war so gut. Zögwinn. Okay. Teamkollegen sind gut. Ich spiele auch dezent. Wow. Zahlt mich. Äh. Das war ein schneller Sieg. Okay. Liegt wahrscheinlich auch auf meinen Teamkollegen. Aber. Ich bin gerade gar nicht gestorben. Und ich habe ein, zwei Kills gemacht. Was ich mir eigentlich selbst nicht gedacht hätte. 3-0. Ist auch zufriedenstellend. Ja. Was soll ich dazu sagen? Gut. Geh. Ha. Lol. Okay. Na. In dem Fall. Mach ich weiter. Äh. Die Waffe hat gepasst. Und. Ja. Es gibt nichts zum Aussetzen. Ich mach weiter. Schau mal was passiert. Und wünsche mir Glück. Okay. Und damit sind wir wieder in der Tümmlerkuppel. Vielleicht der letzte Kampf. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das jetzt handhaben werde. Aber. Ja. Schauen wir mal. Ich. Etwas werde schon passieren. Ein Haufen. Nahtkämpfer. Im Gegner Team. Ich würde es mal als Nahtkämpfer bezeichnen. Ganz spontan. Ja. Da kann ich nicht einmal auffüllen. Ganz schlecht. Oh fuck. Not so fast. Boah. Das hätte mich fast gekillt. Hey. Wir führen. Cool. Das ist nur pro forma. Hier und da ume ballern. Okay. Nice. Was? Ah shit. Was tut der da? Das ist problematisch. Fokus Profi Kleckser. Ich würde gern flanken, aber das spürt sich leider nicht bei meinem Set. Uff. Deckung. Ich hab keinen Grund, warum ich da aufwüge. Überhaupt keinen. Okay. Nein, nein, nein. Überhaupt keinen. Probier das. Ich glaube nicht. Woah. Gefahr. Ja, nee. Oh. E Spendet. Geht schon. Du bist hinter ihm. Töte ihn. Töte ihn. Schau grad auf die Karten. Ist er tot? Na? Wieder noch. Shit. Na. Kriege nicht. Oh fuck. Erstmal doch. Shit. Shit. Ich verliere kurz. Nicht cool. Nicht cool. Äh. Ach. Denk. What? Denk. Der hat sich Druck gezogen, ne? Oh shit. Okay. Gegner führt. Diesmal nicht cool. Weil, natürlich will ich den Kampf gewinnen. Ist ganz klar. Ja. Was tut der da überhaupt? Kollegen. Könnts geschehen. Ganz kurz schnell. Danke. Ist gut. Er sprung. Das hilft dir als andere nichts mehr. Denk. Ich will grad anfangen einfirmen. Zu spät. Schade. Naja. Ähm. Ja. Es ist halt etwas passiert. Es hat mir nicht gefallen. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Echt blöd gelaufen. Ähm. Von den Kills hab ich sogar okay. Der 06er da unten. Der stört mir ein wenig. Hm. Naja. Was soll's. Vielleicht hat er viel eingefirbt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja. Es waren schon kurze Kämpfe. Das muss ich schon zurück geben. Einen Kampf gibt's noch. Einen Kampf. Einen letzten für heute. Okay. Und wie es mir bereits gedacht habe. Der letzte Kampf des heutigen Tages. Im Camp Schützenfisch. Okay. Ich bin im Team der einzige Sniper. Der Gegner hat auch einen. Okay. Ja. Nein. Das wird schon gehen. Ich hoffe jetzt einmal. Lass mich noch einen kurzen Prozess machen. Er hat gekillt. Äh. Lebt. Ah. Mein Kollege lebt näher. Und da ist noch einer. In unserer Basis. Das ist nicht gut. Er haben gekillt. Das ist angefangen. Jetzt hoffe ich nur noch, dass mein Team ein bisschen durchhört. So. Die Frage ist. Wo kann ich hingehen. Ohne dass ich gleich stirb. Ich glaub da. Das ist gut gescheit. Na come on. Das ist natürlich schwierig. Ja. Das ist toll. Das ist toll. Ich hab reich. Ich hab reichwerte auf dich. Ich hab reichwerte auf dich. Und er hat auch reichwerte auf mich. Problematisch. Okay. Ja. Ich probier's mit einem Sprung. Okay. Komm mal nicht hier. Okay. Herrschaft ist erlangt. Herrschaft ist erlangt. So. Ich hab's nicht aufreiten können. Ah. Was wär das? Komisch zu sehen. Ah. Was soll's. Das ist ein Kill. Ah. Fuck. Dann Kevin Kill. Das ist gut. Das ist gut. So. Ist das safe? Ich hoff's nochmal. Ist das noch open? Ja. Das ist noch open. Sehr gut. Mein Handy mötze. Ist nicht sehr cool. Und das war zu aggressiv. Okay. Störend oder schon? Der Galantyp. Was wird das, wenn's fertig ist? Ah. Der war schon da drüben. Was tut der da drüben? Was tut der da drüben? Ich hab's nicht. Ah. Dengit. Ich hab grad auf den Kollegen geschaut. Aber der ist gestorren. Was? Ich hab gedacht, das geht sich aus. Ah. Okay. Ah. Ja. Mah. Hilft nix. Pech gehabt. Pech. Ich hab zwar schon viel getroffen. Aber das hat, wie ihr sehen könnt, nicht gereicht. Weil, ja. Ich muss mehr töten lernen. Beziehungsweise mehr einfirben. Beziehungsweise beides. Beziehungsweise auch mehr Glück mit meinen Teamkollegen haben. Das muss ich auch noch lernen. Aber, ja. Schauen wir mal. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann nachholen, sozusagen. Und, ja. Mit meinem einen Punktverlust, der was eben durch den Kampf mit Disconnect zustande gekommen ist. Ja. Verabschiede ich mich in der heutigen Folge schon mal. Ja. Und, ja. Ich freue mich schon auf die Folge 200. Ich weiß noch nicht. Mach ich da was Spezielles? Vielleicht schon. Vielleicht nicht. 250 ist aber für mich was wichtiges. Da werde ich sicher was machen. Aber trotzdem. Danke fürs Zusehen. Und fertig. Danke. Danke fürs Zusehen.